Seit über 15 Jahren ist Mobileye bestrebt, durch die Nutzung von künstlicher Sehkraft das effektivste Unfallpräventionssystem zu entwickeln. Durch signifikante Forschung und Entwicklung hat Mobileye eine revolutionäre Lösung gefunden, die auf einer einzigartigen, preisgekrönten Technologie basiert. Dieses System ist kompakt und rentabel, indem es mehrere Funktionen in einem einzigen Paket verbindet. Ähnlich wie das menschliche Auge ist die Mobileye-Lösung fähig, die Sicht des Fahrers zu interpretieren, diverse Objekte auf der Straße zu identifizieren und einzustufen, wie andere Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen und vieles mehr. Die Kapazität dieses Systems bietet lebensrettende Warnungen und eine Erweiterung der Fahrfunktionen, die den Personentransport revolutionieren werden. Von der automatischen Notbremsung bis zum vollständigen autonomen Fahren. Mit den jüngsten Änderungen der Sicherheitsvorschriften werden Fahrerassistenzsysteme zur Voraussetzung der höchsten Sicherheitsstandards. Die meisten Fahrzeughersteller weltweit verwenden Mobileye schon als maßgebliche Unfallpräventionsmaßnahme, neben vielen anderen, die diese Technologie als Standardausstattung anbieten. Die Mobileye-Technologie dient ebenso als ergänzendes Sicherheitszubehör zur Nachrüstung für schon hergestellte Fahrzeuge. Durch das Einsetzen von Mobileye profitierten viele Einzelverbraucher und führende Unternehmen mit Fahrzeugflotten von einer Unfallreduzierung und erheblichen Einsparungen von Betriebskosten. Die Fahrzeugindustrie und Millionen Endverbraucher haben gezeigt, dass die Vision von Mobileye zur Realität geworden ist. Mehr und mehr Autofahrer weltweit genießen ein intelligenteres und sichereres Fahrerlebnis. Mobileye. Unsere Vision. Ihre Sicherheit.